Hallo, ich bin Neil Donald Walsh. Heute möchte ich mit dir meine derzeit bedeutendsten spirituellen Weisheiten teilen. Es geht um die Inhalte des Buches, ein unerwartetes Gespräch mit Gott, das Erwachen der Menschheit. Dieses Buch war eine Überraschung. Das war vorher so nicht geplant. Ich dachte wirklich, dass ich bereits 1998 die komplette Buchreihe Gespräche mit Gott abgeschlossen hatte. Doch im August 2016 erwachte ich inmitten der Nacht und hatte nach so langer Zeit mal wieder eine Eingebung. Sie begann folgendermaßen. Es ist Zeit für ein weiteres Gespräch. Es war nicht nur ein kurzer Austausch, sondern ein Gespräch in Buchlänge. Ich war scheinbar bereit, diese Information zu empfangen und mit der Menschheit zu teilen. Und gleichzeitig war es an der Zeit, dass die Menschen diese Information anschließend mit dem Rest der Welt teilten. Ich habe nicht ganz verstanden, was das bedeutet, bis der Dialog begann. Aus dem nächtlichen Dialog entstand ein komplettes Buch. Dieses Buch ist nun der vierte Teil der Reihe Gespräche mit Gott und hat den Titel Das Erwachen der Menschheit. Jetzt möchte ich dir etwas über den Inhalt erzählen. Die Menschheit wird nun erneut eingeladen. Das ist nun bereits die dritte Einladung. In den früheren Gesprächen mit Gott gab es zwei weitere Einladungen. Die erste Einladung war, das Verständnis von Gott zu überdenken. Zweitens, dass der Mensch sich selbst reflektieren sollte. Und jetzt werden wir eingeladen, zum Erwachen der Menschheit beizutragen. Und diese Einladung ist an uns alle gerichtet, an jeden einzelnen Menschen hier auf der Erde. Ich möchte nun mehr ins Detail gehen und darüber sprechen, wie es sich anfühlt und realisieren lässt. Und wie du herausfinden kannst, ob du komplett erwacht bist. Danach kannst du alle Menschen in deinem Umfeld aufwecken. Ich möchte mit dir einige Punkte aus diesem Buch teilen. Es gibt mehrere Kriterien für Verhaltensweisen von hochentwickelten Lebewesen. Man kann natürlich darüber reden, dass man ein spiritueller und ein bewusster Mensch ist. Aber wie fühlt sich das an? Was bedeutet das tatsächlich? Und wie lässt sich das realisieren? Wie kannst du dich zu einem erwachten und bewussten Menschen entwickeln? Ich habe Gott natürlich diese Fragen in unserem Dialog gestellt. Und Gott antwortete, nun, es gibt viele Möglichkeiten. Ich möchte jetzt mit dir die wichtigsten Punkte teilen. Du kannst dadurch dein tägliches Leben verändern. Durch die Transformation deiner Verhaltensweisen kannst du bereits dein persönliches Erwachen erreichen. Solltest du es noch nicht gelesen haben, im vierten Buch steht geschrieben, dass wir bereits erwachte Wesen sind. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Ich fragte Gott, wie kann das sein? Wie kann ich erwacht sein, aber davon nichts wissen? Und Gott sagte, oh, das passiert ständig. Hast du schon einmal erlebt, dass du träumst und dann ein Geräusch gehört hast? Also in deinem Traum, warst du dir sicher, dass es Teil deines Traumes war? Doch plötzlich hast du gemerkt, Moment, Moment mal, das war nicht Teil meines Traumes. Es war ein Geräusch im Haus. Die Katze hat wahrscheinlich eine Vase umgeworfen, oder es war ein Geräusch im Erdgeschoss. Es ist im wirklichen Leben passiert. Und du erkennst, dass du wach bist, obwohl du überzeugt warst, zu träumen. Nun, so ähnlich passiert uns das auch in unserem Alltagsleben. Wir verbringen unser Leben buchstäblich wie Schlafwandler. Bis wir eines Tages durch einen Reiz zur Erkenntnis gelangen, dass wir bereits die ganze Zeit erwacht waren. Wir haben nur nicht dementsprechend gehandelt. Also fragte ich Gott, was ist denn nun das richtige Verhalten? Und Gott sagte, nun, ich werde dir einiges dazu erzählen. Notiere dir bitte folgende Punkte. Das bietet dir Inhalt für ein ganzes Programm, beziehungsweise einen kompletten Kurs. Ich gebe dir eine Liste von 16 Verhaltensweisen, die hochentwickelte Wesen in ihrem täglichen Leben umsetzen. Wenn du diese Verhaltensweisen langsam nacheinander umsetzt, wirst du bemerken, dass du bereits erwacht bist. Nun, bevor ich die Liste aber im Detail ausführe, möchte ich noch etwas anderes verdeutlichen. Du hast das alles zumindest teilweise angewendet. Es ist nichts Neues. Es ist nicht so, als ob ich noch nie darüber nachgedacht hätte oder gedacht hätte, oh, es gibt hier keine völlig neuen Ideen. Wir werden lediglich ermuntert, Verhaltensweisen, die wir sonst nur zur Hälfte oder einem Drittel unserer Zeit umsetzen, nun konsequenter anzugehen. Es geht darum, unser Wissen und unser Handeln zu optimieren. Ich möchte das einfach betonen. Ich sage das zu Beginn, weil ich nicht möchte, dass du dich fühlst, als ob du dich plötzlich transformieren müsstest oder denkst, ich muss sofort zu einem anderen Menschen werden. Oder ich muss mich verändern, aber ich weiß ja gar nicht, auf welche Weise. Diese Transformation ist wirklich kompliziert. Ja, dieser ganze Prozess ist sehr anspruchsvoll. Nein, 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 es ist anders. Ich möchte dich ermutigen, genauso wie Gott, als sie mir Folgendes sagte. Neil, entspann dich. Du wendest bereits vieles davon an. Eigentlich schon alle Punkte. Es geht nur um eine gewisse Beständigkeit. Okay, wirken wir nun einen Blick darauf, was es bedeutet, ein hochentwickelter Mensch zu sein und was eine erwachte Spezies ist. Du kannst diese Verhaltensweisen perfektionieren, sobald du sie genau verstanden hast. Nun kommen wir zum ersten Punkt auf unserer Liste von 16 Verhaltensweisen, die mir Gott in unserem Dialog, das Erwachen der Menschheit, offenbarte. Hier ist nun die erste Verhaltensweise. Ein vollständig erwachter Mensch ist sich stets der Einheit allen lebensbewusst. Menschen, die noch nicht erwacht sind, ignorieren meistens die Tatsache, dass wir alle miteinander verbunden sind. Dieser Punkt ist für uns erst einmal vorrangig in unserem Prozess des Erwachens. Nun, erst dann werden wir verstehen, wie wir unsere Mitmenschen aufwecken können. Beweise, dass du dir über die Einheit allen lebensbewusst bist. Betrachte dich selbst als Teil allen Lebens. Du bist eins mit Gott. Du bist eins mit dir selbst. Das ist eine interessante Perspektive, denn tatsächlich handeln wir manchmal, als ob wir von uns getrennt sein. Und du bist eins mit allen Menschen hier auf der Erde. Wenn du in deinem täglichen Leben echtes Mitgefühl praktizierst und dich in andere Menschen hinein versetzt, dann wäre das ein ganz anderes Miteinander. Du würdest anders mit ihnen kommunizieren, du würdest anders über sie denken. Es wäre ein ganz anderes Zusammenspiel. Ich möchte dir das an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir an, dass du mit deinem geliebten Lebenspartner in der Küche bist. Es kann auch ein enger Freund sein. Einfach jemand, mit dem du es genießt, gemeinsam Zeit zu verbringen. Ihr seid zusammen in der Küche, aber ihr erlebt einen schwierigen Augenblick. Vielleicht ist zufällig etwas zur Sprache gekommen und ihr streitet euch deswegen. Es ist eine stressige Situation, also nicht wirklich positiv. Früher, als ich mich noch nicht unter Kontrolle hatte, dachte ich, was stimmt mit demjenigen nicht? Warum verhält er oder sie sich jetzt so? Warum sagt er so etwas? Warum ist sie nicht freundlicher? Ich verstehe nicht, warum er immer direkt eine Verteidigungshaltung einnimmt oder was auch immer. Meine Reaktion war nicht wirklich positiv, weil ich uns als voneinander getrennt betrachtet habe. Jetzt aber habe ich mittlerweile angewöhnt, mich in den anderen Menschen hineinzuversetzen. Und ich mache das folgendermaßen, ich stelle mir selbst Fragen. Habe ich mich auch schon mal so verhalten? Gab es in meinem Leben jemals Momente, in denen ich anderen Menschen gegenüber Wodka oder hochmütig vielleicht war? Gab es Momente, in denen mein Tonfall nicht freundlich war? War ich vielleicht auch etwas aggressiv? Vielleicht war ich auch etwas zu abwehrend? Habe ich jemals mich so verhalten? Natürlich antwortete mir mein Gefühl immer mit einem Ja. Und wenn ich mich dann in diesen Menschen hineinversetze, weiß ich genau, warum derjenige sich gerade so verhält. Und dann geschieht etwas Interessantes. Ich sage demjenigen, was ich an dessen Stelle hören wollen würde. Das ist der Sinn einer echten Verbindung miteinander. Du schickst diesem anderen Wesen, diesem Menschen genau die Art von Gedanken, Gefühlen, Worten und Signalen, Menschen, die du selbst gerne empfangen würdest. Sich das im Geiste vorzustellen, ist wirklich eine interessante Perspektive auf das Leben. Du stimmst deinen Geist darauf ein, der andere Mensch zu sein, was natürlich auch so ist. Metaphysisch gesehen entspricht das genau der Realität. Du bist der andere Mensch, weil wir alle miteinander verbunden sind. Wenn du den anderen Menschen so annimmst, wie du selbst verstanden werden willst und mit demjenigen redest, als wärst du an dessen Stelle, dann wird es keine Missverständnisse mehr geben. Die Unterschiede verschwinden und ihr werdet eine Einheitserfahrung erleben. Denn du behandelst den anderen Menschen, wie du selbst behandelt werden möchtest, wenn du mal schlecht drauf bist oder wenn du dich angegriffen fühlst. Das ist nur ein sehr einfaches Beispiel. Ich kann dir noch mehr Beispiele geben, aber was ich dir sagen möchte, ist doch Folgendes. Es ist nicht nur eine Theorie, dass wir alle eins sind. Es ist nicht nur ein geistiges Konstrukt. Es ist nicht nur ein Gedanke, dem du folgst. Es ist eine Entscheidung für das Leben, dass du dich in andere Menschen hineinversetzen wirst. Und mit dieser Lebenseinstellung kannst du anderen Menschen genau die Energie schicken, die du dir selbst in dieser Situation wünschen würdest. Nun, ich verspreche dir, dass dies dein Leben schon sehr schnell verändern kann. Deine Mitmenschen werden dich betrachten und sagen, wow, weißt du was? Du bist einer der wenigen Menschen, die in solchen Situationen Verständnis zeigen. Danke, danke, das fühlt sich wirklich gut an. Und wenn du mit einem anderen Menschen auf diese Weise interagierst, als wir alle eins sind, sagst du in Wirklichkeit mit deinem Verhalten, Worten und auch mit deinen Gedanken, was sagst du dann? Hey, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich werde dir das zeigen, indem ich dich liebe, wie ich selbst auch geliebt werden möchte. Und wenn wir im Moment auch kleine Missverständnisse haben, werden wir uns dennoch bald wieder nahe sein. Wir werden hier und jetzt beweisen, dass wir alle eins sind. Ich habe mir für diesen ersten Punkt etwas mehr Zeit genommen, da es der wichtigste ist. Ich weiß nicht, ob du dich an das erste Gespräch mit Gott erinnern kannst. Wie du weißt, gibt es neun Bücher in dieser Reihe. Auf der fünften Seite von etwa 4000 Buchseiten steht bereits die wichtigste Botschaft der Dialogreihe, Gespräche mit Gott. Wir sind alle eins. Und Gott sagte dann zu mir, weißt du was, mehr musst du eigentlich nicht wissen. Wenn du in deinem Leben nur auf diesen Punkt achtest, wird sich der Rest von selbst ergeben. Nun, ich habe diesen ersten Punkt etwas ausführlicher besprochen, denn es ist mit Abstand das wichtigste Merkmal einer erwachten Spezies. Und wenn du das anwendest, kannst du auch andere von dieser Einheit mit dem Ganzen überzeugen. Du beweist durch dein Verhalten, dass sich die Nachahmung wirklich lohnt. Du wirst mit gutem Beispiel vorangehen und ein Vorbild eines erwachten Menschen darstellen. Nun, lass uns weitere Punkte auf dieser Liste betrachten, die uns von Gott gegeben wurde. Das zweitwichtigste Verhalten eines erwachten Wesens ist folgendes. Ein erwachtes Wesen spricht stets die Wahrheit, ohne Ausnahme. Menschen, die noch nicht erwacht sind, tun das oftmals nicht. Wir erzählen öfter mal gewisse Unwahrheiten, nenne ich das, ich mag das Wort Lüge nicht, das fühlt sich irgendwie komisch an. Wir sprechen allerdings nicht immer die ganze Wahrheit. Wir versuchen oft, die Wahrheit etwas zu verbergen. Ab und zu erfinden wir sogar etwas, weil wir vielleicht Angst haben, die Wahrheit zu sagen, oder was auch immer der Grund dafür sein mag. Interessanterweise können wir uns selbst belügen. Bist du dir dessen bewusst? Manche Leute haben ein regelrechtes Talent dafür, sich selbst zu belügen. Ein erwachter Mensch verpflichtet sich ausnahmslos dazu, die Wahrheit zu sagen. Du erinnerst dich vielleicht, dass es fünf Ebenen der Wahrheit gibt. Im Buch Freundschaft mit Gott erfahren wir, dass es fünf Ebenen der Wahrheit gibt. Ebenen Nummer eins, sei ehrlich zu dir selbst. Ebenen Nummer zwei, nimm andere so wahr, wie sie wirklich sind. Ebenen drei, erzähl anderen die Wahrheit über dich selbst. Ebenen vier, erzähl einem anderen Menschen die Wahrheit über ihn selbst. Und Ebenen fünf, sei wahrhaftig und integer zu jedem. Nun, ein hochentwickeltes Wesen spricht also stets die Wahrheit ohne Ausnahme. Das ist das zweitwichtigste Verhalten hochentwickelter Wesen. Nun kommen wir zu Nummer drei auf dieser Liste. Bei hochentwickelten Wesen, beziehungsweise Menschen, die erwacht sind und andere ebenso aufwecken wollen, stimmen, reden und handeln miteinander überein. Bei Menschen, die noch nicht ganz erwacht sind, ist das Gegenteil, weil sie sagen oft das eine und tun dann das andere. Seien wir ehrlich zu uns selbst. Wir alle handeln hin und wieder auf so eine Weise. Wenn du dich aber selbst bei diesem Verhalten erwischst, dann hinterfrage und überprüfe das. Ich habe das zugesichert, also werde ich mein Versprechen einlösen. So wirst du zu einem Menschen, der wegen seiner Aufrichtigkeit an Vertrauen gewinnt. Und das ist eine Fähigkeit. Wir sind gefordert, unser eigenes Handeln selbst zu reflektieren. Halte ich mein Versprechen wirklich ein? Halte ich mein Wort? Spiegelt mein Handeln, mein Versprechen, meine Gedanken und meine Worte wieder? Nun, geh auf Nummer sicher, dass dein Reden und Handeln miteinander übereinstimmen. Das war der dritte Punkt auf unserer Liste. Nun, für mich ist der vierte Punkt besonders interessant. Ja, wenn du das praktizierst, wirst du nicht nur dein eigenes, sondern auch das Leben deiner Mitmenschen positiv verändern können. Und hier ist Punkt Nummer vier dieser wunderschönen Liste. Erwachte Menschen sehen, was ist, und tun dementsprechend das, was funktioniert. Sie können also die Wahrheit erkennen und handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Menschen im unerwachten Zustand tun oftmals das Gegenteil. Ich möchte dir das durch ein konkretes Beispiel verdeutlichen. Wir wissen faktisch, dass Rauchen schlecht für unsere Gesundheit ist. Nun, das ist mittlerweile bewiesen. Es gibt diesbezüglich kaum Meinungsverschiedenheiten. Einige Leute behaupten, dass es ihnen nicht schaden würde. Aber lass uns das klarstellen. Rauchen schadet deiner Gesundheit. Wir wissen das und sind uns dessen bewusst. Das ist ein Fakt. Sehen wir aber die Fakten und handeln auch dementsprechend? Womöglich nicht. Vielleicht handeln wir entgegen. Ja, bitte entschuldige mich. Ich möchte zwar hier mit dem Programm fortfahren, aber ich lege eine kurze Zigarettenpause ein. Entschuldige mich. Okay. Nein, vielleicht doch nicht. Ich werde im Nachhinein eine Zigarette rauchen. Wirklich? Wirklich? In Anbetracht der Tatsache? Ich möchte noch ein besseres Beispiel geben. Wir wissen, dass Kinder im Zeitraum von der Geburt bis zum siebten oder achten Lebensjahr am allermeisten geprägt werden. Das ist die Zeit, in der sie am meisten beeinflusst werden können. Mit sieben oder acht Jahren hat ein Kind bereits ein gewisses Verständnis vom Leben. Wir sollten also wirklich vorsichtig sein, welchen Eindrücken sie ausgesetzt sind und welche Informationen diese Kinder bekommen. Stimmst du mir zu? Ich meine, so ist das. Dennoch lassen wir unsere Kinder, Fernsehsendungen, Cartoons und andere sogenannte Action-Serien ansehen. Sie haben diese visuellen Eindrücke und sind dadurch ständiger Gewalt ausgesetzt. Ja, Gewalt, 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 egal ob es sich um eine Comic-Figur handelt, der jemand auf den Kopf haut oder vielleicht etwas Realistisches. Wie bei den aktuellen Fernsehprogrammen. Oder manchmal gehen wir mit den Kindern sogar ins Kino. Sie sind vielleicht gerade einmal acht Jahre alt. Manchmal sehen wir zusammen mit den Kindern Kinofilme, die wirklich Gewalt beinhalten. Wir geben Kindern Comic-Bücher, die oftmals Gewalt als eine Art der Konfliktlösung darstellen. Und dann, eines Tages, schlagen wir dann vielleicht die Zeitung auf, oder wir sehen im Internet einen Artikel und lesen von einem siebenjährigen Kind, das seinen vierjährigen Bruder aus dem Fenster eines dreistöckigen Gebäudes geworfen hat, einfach aus Wut heraus. Ja, wir stellen uns dann die Frage, oh mein Gott, wie kann ein Kind jemals auf diese Idee kommen? Das ist unbegreiflich. Wie kommt ein Kind nur auf solche Gedanken? Mein Gott. Kann es nicht sein, dass die Ideen aus den Filmen, TV-Shows, Cartoons und Comic-Büchern stammen? Nein, nein, das wird es nicht sein. Wahrscheinlich nicht. Man hat also die Tatsachen vor Augen, aber handelt entgegen bestem Wissen und Gewissen. Ich könnte dir etliche weitere Beispiele anführen, aber ich denke, du bekommst meine Vorstellung davon. Ein erwachter Mensch sieht der Wahrheit ins Auge und hat die Courage, konsequent danach zu handeln, anstatt einfach unvernünftig zu sein. Er tut, was funktioniert, und lässt, was nicht funktioniert. Das ist nicht ganz unbedeutend, ja? Du kannst anderen dabei helfen, bestimmte Verhaltensweisen für sich selbst zu erkennen. Ich meine, du solltest dir nicht vorschreiben, was zu tun ist oder wie sie ihr Leben leben, aber du kannst ihnen bewusst machen, welche Lebensweisheiten man Beachtung schenken sollte. Derjenige kann selbst entscheiden, welche Lebensweise mit dieser Wahrheit zusammenspielt oder sich eben dagegen entscheiden. Das ist sicherlich eine Möglichkeit zum Erwachen der Spezies beizutragen. Erinnere dich, dass erwachte Menschen sehen, was ist, und tun dementsprechend das, was funktioniert. Und jetzt wird es interessant. Ein mehr erwachte Spezies richtet ihre Zivilisation nicht nach Prinzipien wie Gerechtigkeit oder Strafe aus. So etwas gibt es da nicht. Für die meisten Menschen ist eine solche Lebensweise schwer zu verstehen. Es ist eine Herausforderung für unsere derzeitige Weltanschauung. In hochentwickelten Zivilisationen existieren die Prinzipien von Gerechtigkeit oder Strafe nicht. Es gibt keine Gesetze, gesetzlichen Vorschriften. Du denkst vielleicht ähnlich wie ich, als ich zum ersten Mal im Dialog das Erwachen der Menschheit davon gehört hatte. Ja, mein erster Gedanke war, das hört sich fantastisch an, aber im wirklichen Leben funktioniert das einfach nicht. Ja, wie kann man ohne bestimmte Vorschriften oder Gesetze leben? Man braucht bestimmt eine Art von Kontrolle. Ja, dann fiel mir ein interessanter Ort ein, an dem ich schon mehrmals gewesen bin. Warst du jemals in Paris? Wenn nicht, solltest du das nachholen. Falls du schon dort warst, dann kennst du bestimmt den außergewöhnlichen Arc de Triomphe. Und in den Arc de Triomphe herum befindet sich ein Kreisverkehr. Man nennt den Selbstmordkreisel. Tausende von Autos fahren stündlich durch diesen Kreisverkehr am Arc de Triomphe. Jeden Tag, jede Stunde, tausende Autos fahren aus den Seitenstraßen in den Kreisverkehr hinein. Und weißt du, was an diesem Kreisverkehr um den Arc de Triomphe so besonders ist? Es gibt keine Fahrspuren, ja. Es gibt keine Verkehrspolizei. Es gibt auch keine Ampeln. Und es gibt auch keine Beschilderung. Es gibt keinerlei Regulierung. Und weißt du, was daran noch so faszinierend ist? Im Kreisverkehr um den Arc de Triomphe passieren wenige Unfälle als auf der 150 Meter entfernten Champs-Élysées, die in diesen Kreisverkehr hineinführt. Die Champs-Élysées ist natürlich eine der belebtesten Straßen der Welt. Dort gibt es eine Verkehrspolizei und Straßenschilder. Und natürlich gibt es auch Ampeln und Fahrbahnmarkierungen auf der Straße. Und mit all den Vorschriften, Richtlinien, mit all den Gesetzen, die man befolgen muss, gibt es mehr Unfälle als auf der Champs-Élysées, als im Kreisverkehr um den Arc de Triomphe, ohne all diese Regulierungen. Also mein Argument ist, wir wissen, wie wir uns verhalten sollen, wenn es keine Gesetze, Regeln oder Vorschriften gibt. Wie können wir den Kreisverkehr sicher durchqueren, ohne Fahrbahnmarkierung, Ampeln oder Polizisten, die den Verkehr regulieren? Wie ist das denn möglich? Ich meine, es ist ziemlich einfach. Es nennt sich Überlebenstrieb. Schau, wenn wir wissen, dass etwas sehr Wichtiges auf dem Spiel steht, dann wird unsere Aufmerksamkeit deutlich erhöht. Aus diesem Grund bezeichne ich es den Selbstmundkreisel. Beim ersten Mal, als ich diesen Kreisverkehr fuhr, dachte ich, oh mein Gott, wie soll ich diesen Kreisverkehr nur verlassen? Die Autos fahren sprichwörtlich wie wild durcheinander. Wenn du dort Auto fährst, bist du hellwach und hoch konzentriert. Und jeder achtet auf den anderen und auf sich selbst, denn alle sind sich der essentiellen Überlebensdrang bewusst. Wir werden aufeinander aufpassen und wir werden auf uns selbst achten. Selbst wenn jemand einen kleinen Fehler macht, werden wir es erkennen, kompensieren und auch alle anderen werden es überleben. Ja, alles für alle kommen durch diesen Kreisverkehr. Wie ich eben schon gesagt habe, ist die Zahl der Unfälle geringer, als wenn es Fahrbahnmarkierungen, Ampeln oder Verkehrspolizei geben würde. Man muss nur das Gefahrenpotenzial einschätzen können. Ja, verstehen, dass es letztendlich hier ums Überleben geht und sich dadurch natürlich enorm zu konzentrieren. All das resultiert aus dem Bewusstsein, dass es ums Überleben geht. Dann wird man sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, sich um seine Mitmenschen zu kümmern und für sein eigenes Handeln gerade zu stehen. Mit einmal sind Regeln, Gesetze, Vorschriften, Strafen, sogenannte Gerechtigkeit überhaupt nicht mehr erforderlich. Gerechtigkeit ist nicht erst nach einer Tat von Bedeutung. Ja, ein bewusstes Wesen handelt stets selbstverantwortlich. Ich meine, ein hochentwickeltes Wesen, also ein Mensch, der erwacht ist, handelt von Anfang an korrekt. In unserer Gesellschaft glauben wir, dass Gerechtigkeit durchgesetzt wird, nachdem etwas Unrechtes getan wurde. Also brauchen wir die Justiz, um es wieder gut zu machen. Aber in Wahrheit, im realen Leben, in hochentwickelten Zivilisationen, verhält sich jeder schon von Anfang an richtig. Ja, deswegen muss man nicht erst nachträglich für Gerechtigkeit sorgen. Es besteht auch kein Anlass zur Bestrafung. Letztendlich gilt das auch im Königreich Gottes ebenso, wie du bestimmt weißt, dass es so etwas wie Bestrafung, Verurteilung oder Verdammnis im Königreich Gottes nicht gibt. Aus diesem Grund existiert auch keine Bestrafung in den Zivilisationen hochentwickelter Wesen. Was Gott gut genug ist, ist doch für einen erwachten Menschen ausreichend, oder? Wir sollten noch über ein weiteres Verhalten hochentwickelter Wesen sprechen. In Hochkulturen mit hochentwickelten Wesen existiert ein... Da gibt es ein umfassendes Bewusstsein für Fülle. Sie kennen nicht so etwas wie Mangel. Wenn du dich zu einem hochentwickelten Wesen entwickeln willst, musst du nur die Entscheidung treffen, dass Mangel kein Bestandteil deines Lebens oder deiner Erfahrung mehr sein soll. Mehr vereinfacht ausgedrückt, gelangst du zur Erkenntnis, dass von allem genügend vorhanden ist. Als ich noch ein Kind war, hat mir mein Vater gezeigt, wie ich das verstehen kann. Ich erinnere mich immer noch an das erste Ereignis. Er wendete immer die gleiche Strategie an in meiner gesamten Kindheit. Beim ersten Mal war ich im Zoo in meinem Tierpark. Und mein Vater kaufte mir Zuckerwatte. Du kennst Zuckerwatte, oder? Die ist etwas Süßes. Sieht aus wie Baumwolle. Es ist einfach nur Zucker, das in meinem Stäbchen gewickelt ist. Mir ist es heruntergefallen. Ich war etwa sieben Jahre alt. Mir ist die Zuckerwatte herumgefallen. Natürlich, sie war voller Dreck dann. Es war unmöglich, sie noch zu retten. Ich weinte. Ich habe meine Zuckerwatte fallen lassen. Mein Vater beugte sich zu mir runter. Es ist, als wäre es gestern gewesen, ja? Er sagte, mein Junge, sei, mein Junge, weine nicht. Es gibt noch mehr von dem, wo das herkommt. Und dann hat er es mir bewiesen. Er nahm mich mit zum Zuckerwattestand etwa 150 Meter weiter und er kaufte mir noch eine. Er sagte, hier, dort, wo das herkommt, gibt es noch mehr davon. Und in meiner ganzen Jugend hat er das immer wiederholt, solange ich mit meinem Vater zusammenlebte, immer, wenn ich den Eindruck von Mangel hatte. Ja, es gibt nicht genügend Zeit, es gibt nicht genügend Zuckerwatte, es gibt nicht genügend Liebe. Ich denke, es gibt nicht genug von dem, was mich glücklich machen könnte. Mein Vater pflegte zu sagen, mein Junge, wo das herkommt, da gibt es noch mehr davon. Ich habe mir diese Weisheit für mein jetziges Erwachsenenleben aufbewahrt. Nun, man sagt, dass die hochentwickelten Wesen, die im Zustand völliger Erleuchtung leben, dies instinktiv verstehen und sich dementsprechend so verhalten. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie ihre Ressourcen verschwenden. Ganz im Gegenteil, mit ihren Ressourcen sind sie verantwortungsbewusst, um zu demonstrieren, dass immer genügend vorhanden ist. Und als Resultat dessen ist es auch das der Fall. Ja, so verhalten sich eben hochentwickelte Wesen. Hier ist noch ein weiterer Punkt auf dieser Liste mit sechten Verhaltensweisen wichtig. Ich werde nicht die ganze Liste durchgehen, doch ich werde viele mit dir teilen. Hochentwickelte Wesen, das heißt Menschen, die erleuchtet sind, teilen jederzeit und ausnahmslos mit anderen. In unserer irdischen Gesellschaft gibt es einige Menschen, die nicht immer bereitwillig mit anderen teilen wollen. Zumindest, solange du mir nicht nahe stehst oder zu meiner Familie gehörst. Man teilt ungern mit jemandem, der nicht zum engsten Vertrautenkreis gehört. Doch in hochentwickelten Kulturen teilen alle, alles mit allen, die ein Bedürfnis danach haben. Und das ist ein gutes Beispiel, da ist erneut belegt, dass es genügend gibt. Ich schaue, was uns daran hindert, mit anderen zu teilen, ist ein gewisses Mangelbewusstsein. Also, horten und verteidigen wir unser Hab und Gut, ja, weil ansonsten scheinbar uns die Vorräte ausgehen würden und dann werden wir vielleicht nicht mehr in der Lage sein. Ich habe in meinem Leben etwas ganz Spannendes herausgefunden. Ich habe es geschafft, alle meine Verluste wieder auszugleichen. Denk mal darüber nach. Ich wette, das gilt auch für dein Leben. Ich wette, es trifft auf fast alles zu, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Alles, was ich jemals verloren habe, sei es einfach nur mein Lieblingsstift oder etwas Wichtiges wie die Liebe eines Menschen, all das konnte ich irgendwie wiederherstellen. Ja, ich war damit genauso zufrieden wie mit dem, was ich verloren hatte. Ich habe also gelernt, alles von Liebe bis zu meinem Besitz mit anderen zu teilen und ich sorge mich nicht, was, wenn mir die Vorräte ausgeben, es gibt nicht genügend. Schon allein das bedingungslose Teilen erzeugt die Energie von Fülle. Daraus ergibt sich die Erkenntnis, dass mir immer ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um glücklich zu leben. Nochmal, das ist wirklich wichtig, es spielt eine große Rolle, ich will dir ein gutes Beispiel dafür geben. Nehmen wir an, es ist Feiertag und du genießt ein gemütliches Abendessen, es ist ein Festmahl mit der ganzen Familie und dann taucht plötzlich Onkel Joe auf. Du hast nicht mit ihm gerechnet, er war verreist, aber er kehrt in die Stadt zurück und sagt, hey, ich habe gehört, ihr habt heute Abend ein Festmahl, darf ich mich zu euch gestalten? Natürlich, Onkel Joe, sehr gern, wir haben gedacht, dass du nicht in der Gegend bist, aber komm rein, es ist genügend für alle da, klar. Und du weißt, es ist genügend da, wenn wir einfach das Vorhandene anders aufteilen, dann reicht es für eine weitere Person. Ich meine, das klappt immer, oder? Und klopft es an der Tür, du öffnest die Tür, bist gespannt, wer da ist und es ist ein wildfremder Mensch, möglicherweise sogar ein Obdachloser, der nur am Haus vorbeikam und vielleicht das Licht gesehen hat. Vielleicht hat er einen Blick durch den Vorhang riskiert und gesehen, dass er ein köstliches Abendessen hat. Darf ich hereinkommen und etwas mit euch essen? Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Sagst du dann ja? Bittest du ihn herein, um mit deiner Familie das Abendessen zu teilen? Egal, wie ungepflegt er aussieht oder wie er riecht? Egal, ob er sich deinen Maßstäben entsprechend verhält? Oder sagst du, ah, ich kenne sie nicht einmal. Es tut mir leid, aber nein, wenn er Glück hat, gibst du ihm vielleicht noch ein oder zwei Euro, beschickst ihn dann wieder weg. Ich erzähle das hier, weil ich ein paar Jahre lang obdachlos war. Es kann sein, dass du davon nichts wusstest, doch ich war ein Jahr lang ein sogenannter Obdachloser. Ich hatte keine Unterkunft, kein Wohnort, ich hatte keinerlei Einkünfte, oder ich besaß kein Geld abgesehen von dem, was mir die Leute geschenkt haben. Ich habe nur etwas Leckeres essen können, wenn es mir angeboten wurde. Ich spreche also aus eigener Erfahrung. Wenn so jemand an deiner Tür erscheint, lässt du ihn dann rein? Sagst du, bitte komm, setz dich, es reicht immer für eine weitere Person? Oder tust du das nicht? Es liegt bei dir. Aber ich weiß, was ein hochentwickeltes Wesen tun würde. Ich weiß, was ein erwachter Mensch tun würde. Sie sagen, natürlich, nimm dir einen Stuhl, komm herein und setz dich. Guten Appetit. Wenn wir unser Verhalten ändern und somit das Handeln eines erleuchteten Menschen widerspiegeln, wird sich unsere Lebenssituation komplett verändern. Unser ganzes Umfeld wird sich verändern. Die Energie, die wir in unser Leben projizieren, wird dann in einem ganz anderen Licht erscheinen. Unsere Selbstwahrnehmung wird sich verändern. Das verändert die Entwicklung unseres gesamten Lebens. Versprochen. Es gibt noch eine weitere Verhaltensweise hochentwickelter Wesen. Oder besser gesagt, vermeiden Sie das. Wenn du ganz erwacht bist, wirst du niemals mehr in Konkurrenz treten. Ein erwachter Mensch konkurriert niemals mit jemandem oder irgendetwas. Am allerwenigsten konkurriert man um die Gunst Gottes. Übrigens bezeichnen wir Wettbewerbe um die Gunst Gottes als Religion, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden, oder? Aber hochentwickelte Wesen, Menschen in einem Zustand der Erleuchtung, konkurrieren nicht miteinander. Ja, es gibt nicht so etwas wie Konkurrenzkampf. Das heißt nicht, dass es keine sportlichen Aktivitäten oder andere Freizeitaktivitäten gibt. Doch nicht so, dass negative Energie erzeugt wird und dann zwischen Gewinnern oder Verlierern unterschieden wird. Es mag Menschen mit besonderen Fähigkeiten und einem anderen Leistungsniveau geben. Ja, doch niemand sollte das Gefühl haben, gewonnen oder verloren zu haben. Sieger, Verlierer, das gehört nicht in eine hochentwickelte Gesellschaft. Es gibt viele andere Verhaltensweisen, die ich mit dir teilen könnte, aber das ist wirklich nicht der Sinn unseres Miteinanders heute. Im Buch Das Erwachen der Menschheit findest du dazu jede Menge Inhalt. Bevor wir uns jedoch verabschieden, möchte ich dir eine der wirkungsvollsten Verhaltensweisen mit dir teilen. Erleuchtete Menschen verfügen über ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Gesetze der Metaphysik. Sie wenden Metaphysik an. Die Menschen im unerwachten Zustand, ja, sie tun das nur selten. Sie können ihr ganzes Leben verbringen, ohne jemals die Kraft der Metaphysik genutzt zu haben. Metaphysik kann man auch als die Kraft der spirituellen Erkenntnis bezeichnen. Es sind unterschiedliche Begriffe, aber die haben die gleiche Bedeutung. Erwachte Menschen wissen, dass alles Leben aus Energie besteht. Und sie haben erkannt, wie man diese wie man diese Energie bündeln kann. Ich würde sogar behaupten, dass sie die Energie auf gewisse Weise kontrollieren, gewissermaßen, indem sie auf eine spezielle Weise zu einem genauen Zeitpunkt und zu einem bestimmten Zweck ausgerichtet ist. Darf ich das an einem Beispiel erklären? Visualisierung. Visualisierung ist ein wirksames Hilfsmittel. Mit dieser Technik kann man die Energie des Geistes auf die Außenwelt projizieren. Und ich kann dir ein wirklich beeindruckendes Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Nun, ich war sehr aufgeregt, als der erste Band von Gesprächen mit Gott publiziert wurde, so wie jeder andere auch, wenn es ein erstes Buch ist, oder? Also, ich saß da und ich begann zu visualisieren. Damals besaß ich noch ein Postfach und die Nummer des Postfaches steht auf der Rückseite des Buches. Du wirst es noch immer dort finden. Dort steht eine Einladung, mir zu schreiben. Falls du mir mitteilen möchtest, welche Gefühle das Buch hervorgerufen hat, dann schreib mir an folgende Adresse. Ich stellte mir das Postfach so überladen vor, dass beim Öffnen der Klappe alle Briefe herunterfielen. Denn ich habe mir gewünscht, dass viele Menschen dieses Buch lesen. Ich hoffte, dass die Botschaft des Buches viele Menschen erreichen würde. Also visualisierte ich das jeden Abend, bevor ich zu Bett ging. Ich habe mir es vorgestellt. Ich visualisierte, wie ich das Türchen öffnete und die Post tatsächlich heraus, weil es so voll gestopft war. Und weißt du was? Innerhalb von ungefähr zwei oder zweieinhalb Monaten ist es genau so geschehen. Die Anzahl der Briefe im Postfach stieg täglich oder wöchentlich an. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Doch eines Tages öffnete ich das Postfach und die Briefe landeten buchstäblich vor mir auf dem Fußboden. Es gibt mehrere Beispiele aus meinem Leben, wie ich die metaphysische Technik der Visualisierung angewendet habe, um konkrete Ergebnisse in der physischen Welt zu manifestieren. Ich meine, das ist nur ein Beispiel für die Kraft der Metaphysik. Es gibt noch ein weiteres Werkzeug, was ich oft benötige. Norman Vincent Peale bezeichnet das schon vor Jahren als die Kraft des positiven Denkens. Jetzt denkst du vielleicht, oh, so etwas Schwammiges, Kraft, positives Denken, mein Freund. Es funktioniert. Das verspreche ich dir. Und sobald mir jemand von einem Problem oder einer schwierigen Situation erzählt, werde ich direkt eine positive Denkweise annehmen, anstatt einfach negativ zu denken. Quasi zugleich. Ja, es gibt eine Lösung. Es gibt einen Ausweg, die Energie lässt sich beeinflussen. Und wenn ich danach gefragt werde, dann biete ich auch Lösungsvorschläge an. Aber selbst wenn ich nicht gebeten werde, Vorschläge zu machen, werde ich selbst positiv denken. Das gilt für meinen eigenen, wie auch die Lebenssituation eines anderen. Ich denke stets positiv. Und das Resultat ist ebenfalls meistens positiv. Ich sage nicht, dass niemals etwas schief läuft oder anders, als ich es mir gewünscht habe. Nein, tatsächlich läuft das im wahren Leben ganz anders ab. Aber fast immer. Ich sage mal, 80 bis 90 Prozent der Fälle entwickeln sich positiv für mich, weil ich positiv denke. Nun, vielleicht empfindest du das jetzt zu stark vereinfacht. Vereinfacht oder nicht, diese metaphysischen Fähigkeiten nutzen wir unserem Alltag viel zu selten und auch überhaupt nicht kontinuierlich. Ja, es geht letztendlich einfach nur um das Training, indem wir uns selbst zu regelmäßiger Beschäftigung mit den Kräften der Metaphysik ermuntern, werden wir eine deutliche und sehr positive Lebenswandlung erleben. Nun, soweit also einige Einblicke aus dem Buch, ein unerwartetes Gespräch mit Gott, das Erwachen der Menschheit. Und es gibt noch viel mehr, es war ungefähr die halbe Liste gerade. Außerdem enthält dieses großartige Buch, das Erwachen der Menschheit, eine Auflistung von fünf Methoden, um genau herauszufinden, wie erwacht du bereits bist. Ja, es ist eine Art Selbstbewertung. Wirklich faszinierend. Ich habe es selbst eingesetzt und einige nützliche Erkenntnisse über mich gewonnen. Nun, diese Liste ist sehr hilfreich und aufschlussreich. Sie enthält fünf Analyse-Methoden, um den Status deines Erwachens herauszufinden. Und das Buch enthält noch eine weitere Liste. Es ist ein Buch mit drei wichtigen Listen. Die dritte Liste besteht aus sieben Punkten, wie du die Inhalte des Buches auch integrieren kannst. Ja, und dann weißt du auch warum? Immer wenn ich ein wirklich kraftvolles Buch lese oder einen intensiven Kurs besuche, achte ich zuerst auf die Information. Ja, es sind brauchbare Informationen. Ich bin froh, dass ich dabei war, aber ich frage mich, wie ich das in mein Leben integrieren soll. Oft habe ich mir zu Hause gewünscht, ich hätte mehr Hilfsmittel zur Integration bekommen. Ja, es geht mir darum, die Inhalte in meinen Alltag zu integrieren. Und darum beinhalte das Buch Das Erwachen der Menschheit auch eine Liste von sieben Arten der Integration. Diese ermöglichen dir, die Informationen im Text direkt in deinem eigenen Leben umzusetzen. Also das Erwachen der Menschheit bedeutet mir wirklich sehr viel. Doch bevor ich mich von dir verabschiede, will ich noch auf die wichtigste Botschaft dieses Textes eingehen. Hier geht es weniger um das Wie als vielmehr um die Einladung, den Rest der Menschheit ebenfalls wachzurütteln. Dieses Buch eröffnet uns die Chance, Botschafter, Vorbilder und Wegbereiter für eine neuartige Lebensweise zu werden. Und außerdem enthält es die Werkzeuge, mit denen wir das erreichen können, wie wir das in unser Leben integrieren und messen können, wie erfolgreich wir wirklich sind. Und der Sinn dieses Buches ist, dass sich genügend Menschen selbst dazu entscheiden, ein Vorbild für das Verhalten einer erwachten Spezies zu werden. Ja, und das funktioniert folgendermaßen. Die Menschheit hat in der Vergangenheit ihr Verhalten nur sehr langsam durch Mutationen oder Anpassung verändert. Ja, und dieser Prozess umfasst zahlreiche Generationen der Anpassung. Ja, die Verbreitung erfolgt auf zellulare Ebene von einer Generation zur nächsten. Ja, es handelt sich um lebenswichtige Erfahrungen über die Umwelt und Lebensbedingungen. Dies alles wurde über genetische Vererbung von einer Generation zur anderen übertragen. Das ist schön und gut, wenn die Menschen 20, 30, 40 oder 50 Tausend Jahre Zeit hätten. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Freunde, nehmen wir unsere Lebensqualität steigern und das Überleben der Menschheit sichern wollen. Und zwar ganz im Sinne eines besseren Lebens, dann müssen wir unser Verhalten grundlegend verändern. Ja, also nicht nur wir beide, ich meine die gesamte Menschheit. Viele Menschen müssen ihr tägliches Leben grundlegend umstellen. Aber was könnte sie dazu veranlassen, eine solche Verwandlung herbeizuführen, obwohl wir noch 20, 30 oder 40.000 Jahre darauf warten können, dass sie den Anhaltspunkt mittels genetischer Vererbung übernehmen? Nein. Nein, diese Zeit bleibt uns nicht mehr. Deshalb brauchen wir eine nicht-genetische Maßnahme, um das Verhalten der Menschen zu korrigieren. Und die Lösung ist, die positiven Verhaltensweisen nachzuahmen. Ja, Imitation im Buch, ein unerwartetes Gespräch mit Gott, das Erwachen der Menschheit, heißt die Lösung Nachahmung. Die Nachahmung sollte den evolutionären Anpassungsprozess ablösen. Bist du dir dessen bewusst? Ich wiederhole es. Nachahmung löst den evolutionären Anpassungsprozess ab. Nun, wer ist unser Vorbild? Nebenbei bemerken, wissen wir, wie Nachahmung funktioniert. Das ist wie ein Lichtblitz. Eine Modeerscheinung geht in wenigen Wochen um die ganze Welt. Eine gewisse Redensart, eine neue Gangart, ein neuer Hit, ein neuer Song, neue Mode, die trendy Mütze, die jetzt alle lieben, oder auch Erfindungen, wie diese hier. Es gibt mittlerweile Milliarden von Handys in aller Herren Länder, aber vor 20 Jahren besaß niemand ein solches Gerät. 20 Jahre sind ein sehr kurzer Zeitraum in Anbetracht der menschlichen Entwicklung. Lebensgewohnheiten der Menschen in den nächsten 10 bis 20 Jahren transformieren würden, hätten wir eine völlig neue Welt. Allerdings wird das nicht durch genetische Veränderungen passieren. Die Lösung kann nur aus einer nicht-genetischen Verhaltensänderung bestehen, die Nachahmung heißt. Nur, wer ist unser Vorbild? Wer sind die Leitbilder einer erwachten Spezies? Und wie lange wird es dauern? Nun, wenn nicht jetzt? Wann dann? Und wenn nicht du? Wer? Nun, hiermit lade ich dich herzlich ein, so wie wir alle im Buch des Erwachen der Menschheit eingeladen wurden, genau dieses Vorbild zu sein. Wir alle werden gebeten, zu Vorbildern zu werden. Zudem erhalten wir die erforderlichen Hilfsmittel auch dafür. Genaue und wirksame Verhaltensmuster, Vorschläge, wie wir diese Verhaltensmuster in unser tägliches Leben integrieren können und Methoden, wie wir unseren Erfolg messen können. Diese Botschaften sind ein so wundervolles Geschenk an die Menschheit. Ich wünsche mir, dass auch du meiner Einladung folgst, wenn dein Inneres Feuer entfacht ist, wenn du den derzeitigen Zustand der Erde betrachtest, wenn du nur einmal die politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse betrachtest und unsere spirituelle Entwicklung erkennst, dass unsere Sozialsysteme versagen, wenn du den Zustand unserer Erde erkennen kannst und denkst, es gibt etwas, was ich unternehmen kann, aber wie kann ich ändern, es muss doch irgendwas geben, was ich tun kann. Natürlich gibt es das. Du könntest dir dieses dringende Bedürfnis, einen Unterschied in der Welt zu bewirken, selbst erfüllen. Du solltest dich dazu entscheiden, ein gutes Beispiel für andere zu sein und als Vorbild zu dienen. Du kannst die Richtung weisen. Du könntest zu einem spirituellen Lehrer für deine Familie, deine Gemeinde, deine Nachbarn, für ein bestimmtes geografisches Gebiet, ja sogar für die ganze Welt werden. Denk immer daran, ein Anführer sagt nicht, folge mir. Ein Anführer macht den ersten Schritt. Ich gehe voran. Bist du dazu bereit? Wirst du den Anfang wagen? Das hoffe ich doch. Hoffentlich inspirieren dich einige meiner Anregungen, dich spontan dafür zu entscheiden. Falls nicht, falls dich das alles interessiert und du kein mehr darüber wissen möchtest, dann gibt es auch einen Online-Kurs zu diesem Thema. Ja, darin findest du sämtliche Informationen, die du dafür brauchst, um ein Vorbild für andere zu werden. Außerdem erfährst du, wie du dich selbst als vollständig erwachtes Element der menschlichen Spezies erleben kannst. Mit dieser Einstellung kannst du den Rest der Welt retten. Du solltest vielleicht einen Blick auf diesen Kurs werfen und schauen, ob es was für dich ist. Probieren, geht über Studieren. Bis dahin möchte ich mich herzlich bedanken, sagen, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Es hat mir große Freude bereitet und ich wünsche mir, dass wir einander Inspiration schenken und gemeinsam in diese wundervolle Zukunft blicken können. Herzlichen Dank für unser Miteinander. Bis zum nächsten Mal. роз分 ‑‑ Maybe es st dzie